Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutter Lütti, Ihr Markt für Lebensmittel im Ländle. Ich grüße Sie, herzlich willkommen hier beim Ländle Sport, präsentiert von Sutter Lütti auf Ländle TV. Wir schauen heute zurück auf das Jahr 2021. Dieses Jahr neigt sich dem Ende Grund genug für uns, einen kleinen Jahresrückblick zu präsentieren und wir erzählen das Ländle Sportjahr mit zwölf unserer Studiogäste, die 2021 hier bei uns zu Gast waren und unsere erste Station, die heißt Alltag. Beim SCR Alltag, da ist nämlich momentan alles andere als Weihnachts- oder Neujahrsstimmung, da hängen momentan die Trauben hoch. Man ist Tabellenletzter, hat sehr, sehr viel einbüßen müssen und die rote Laterne ist eben im Ländle. Vor der Saison haben wir uns mit dem sportlichen Leiter des SCR Alltag, mit Werner Grabherr unterhalten und da waren wir noch in einem ganz anderen Modus. Da hat man gerade den Klassenerhalt mit Trainer Damir Kanadi geschafft und viele im Verein und auch im Umfeld haben dann das Wörtchen Top 6 in den Mund genommen. Man wollte oben mitspielen und die Hoffnung war bei Werner Grabherr damals sehr groß. Werner, eure Zielvorsätze für die kommende Saison, auf welchem Tabellenplatz können wir den SCR Alltag am Ende der Saison beziehungsweise am Ende des Grunddurchgangs einordnen? Ja, ich bin da wahrscheinlich wie jeder andere Fan voller Hoffnung und sage, wir spielen dann im nächsten Frühjahr das obere Playoff. Aber jeder, der jetzt in den letzten Jahren diesen Liga-Modus beobachten konnte, weiß, wie eng es hergeht, wie viel es braucht, um dann auch in den ersten sechs zu stehen. Und für alle anderen sechs beginnt die Meisterschaft dann immer irgendwo im März nochmals von neuem. Und so muss man einfach auch denken, so muss man das Ganze sehen. Wir haben jetzt die Chance, über 22 Runden uns einen Platz zu erarbeiten. Wenn nicht, und das wird beim SCR Alltag immer wieder der Fall sein, dass man auch die Quali-Runde spielt, im unteren Playoff agiert, dann gilt es einfach auch dementsprechend vorbereitet zu sein. Und dann gibt es trotzdem auch die Möglichkeit, wenn man gut performt, sich dann nochmals zu belohnen und vielleicht auch in Richtung internationale Plätze nochmals mitzureden. Und das wird immer der Anspruch sein, dass die Mannschaft so konkurrenzfähig ist, damit wir genau diese Schritte im Frühjahr machen können. Das heißt, auch die Mannschaft muss fit sein, die muss bereit sein, auch diesen Kampf anzunehmen. Und das gilt es halt auch, in der Kaderplanung immer wieder mit reinzunehmen. Aber natürlich wäre es uns allen recht, auch den Fans wahrscheinlich, wenn wir in den oberen sechs sind und bereits irgendwo im Februar beginnen könnten, die nächste Saison zu planen. Aber es gibt dafür noch keine Garantie und bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft. Aber wir werden heuer wieder einen Anlauf nehmen, so erfolgreich wie möglich zu spielen. Es kann sich sehr, sehr schnell ändern im Sport. Und Werner Grabherr war das zweite Mal dann bei uns im Sportstudio. Da waren dann noch drei Partien in der Bundesliga-Hinrunde zu spielen. Und da sah die Stimmung dann schon ganz anders aus. Wir hören mal rein. Wir haben im Sommer immer ganz klar gesagt, dass der große Umbruch, den wir machen müssen, dass es eine wackelige Saison mit sich bringen wird. Und diese wackelige Situation oder Saison haben wir erlebt. Wir haben, denke ich, von Topspielen bis wirklich in so einem Spiel wie gegen WSG Tirol alles dabei gehabt. Und das würde ich schon sagen, dass der Kader definitiv bundesligatauglich ist. Aber es wird uns nicht davon bewahren oder abhalten, dass wir im Winter weiter umbauen, weil dieser Umbruch mittendrin steckt. Und deshalb auch vielleicht uns so ausschaut, als ob es nicht ganz zusammenpasst. Aber es ist die Folge davon. Es ist die Zeit, die du im Herbst nicht hast, etwas wirklich auch sauber aufzugleisen und neu zu entwickeln. Und deshalb ist für uns jetzt der Winter sehr wichtig. Und ich denke, dass einige junge Spieler richtig gute Entwicklung gemacht haben, das auch in den Spielen zeigen, dass da sehr viel weitergeht, dass die auch sehr gut da rein passen. Aber definitiv gibt es Spieler, von denen wir uns alle mehr erwartet haben, sie von sich selber auch. Und deshalb sind wir alle sehr selbstkritisch. Aber wir wissen auch, Fußball ist Tagesgeschäft und das kann sehr schnell gehen. Wir müssen jetzt einfach mal einen raushauen, so wie wir auch im Herbst hin und wieder einen rausgehauen haben. Ob das gegen Rapid war oder gegen Lask war. Aber es ist uns nicht gelungen, das über konstant mehrere Wochen dann auch wirklich abzurufen. Und da sind wir nicht stabil, da sind wir nicht konstant genug. Und deshalb ist das in meinen Augen das größte Problem. Und da kommen dann auch Ausschlüsse und Sperren, kleine Verletzungen nicht wirklich entgegen. Weil wir hatten die Phase, wo wir sehr stabil waren und haben es dann über die Ausschlüsse und Sperren selber auch wieder verpasst, da in diesem Fluss zu bleiben. Eine sehr ernüchternde Hinrunde also für den SCR Alltag. Auch Trainer Damir Kanady musste jetzt seinen Hut nehmen. Die Rheindörfler also zwischen den Jahren auf Trainersuche und der neue Übungsleiter, der wird dann die Mission Klassenerhalt aufgebürdet bekommen. Es wird glaube ich sehr schwer, aber es hat den Trainer-Effekt schon in der letzten Saison gegeben. Es wird also spannend, was da noch alles passiert. Einer, der hatte 2021 das Spiel des Lebens, nämlich Andreas Marlin, der momentan beim FC Rot-Weiß Rangweil spielt und auch in der Lichtensteiner Nationalmannschaft. Und bei der WM-Qualifikation, da war ein Gegner in der Gruppe, der für jeden Fußballer, glaube ich, ein Highlight wäre, nämlich der viermalige Weltmeister Deutschland. Jetzt muss man dazu sagen, Lichtenstein, die haben jetzt keine Profitruppe. Da sind sehr viele Amateure dabei und auf der anderen Seite, da sind Weltmeister, Champions League Sieger und weiß Gott, was alles im Kader. Und wir haben Andreas Marlin dann mal gefragt, wie bereitet man sich als Amateur-Mannschaft auf so ein Spiel vor? Ja, also jedes Jens-Länderspiel ist ganz besonders. Jetzt geht es Deutschland natürlich nochmal ein bisschen mehr. Und wir treffen uns jetzt eh am kommenden Montag schon im Hotel und dann hat man wirklich ausreichend Zeit, um sich auch mental vorbereiten auf solche Spiele, dass man halt den Alltag, das Schaffen und so ausblendet. Und es ist schon eine ganz andere Vorbereitung wie jetzt im Verein, weil dort, ja, bist halt untertags am Schaffen, gehst du dann auch ins Training und da hast du wirklich Hotel, Essen, Zimmer, Training, Besprechungen und da bist du natürlich schon besser vorbereitet zu sehen jetzt wie im Verein, aber hast du natürlich auch dementsprechend bessere Gegner. Bei wem es momentan sehr, sehr gut läuft, das ist der SC Austria Lustenau. Die sind in der zweiten Liga auf Platz 1, somit auch Winterkönig und schielen schon so mit einem Auge in Richtung Bundesliga. Was passt bei den Lustenauern momentan alles zusammen? Ich sage mal sehr viel, der Sturm hat sehr, sehr viel Qualität, auch sehr viel Qualität in der Defensive und ein Rezeptgeber dieses Erfolgs war auf jeden Fall Markus Marder. Der Trainer, der quasi vom Rivalen aus der Messestadt vom FC Dornbirn kam, hat die Mannschaft wirklich so eingestimmt, dass die die zweite Liga momentan sehr, sehr stark dominieren. Und wir haben den Trainer gefragt, was ist denn das Rezept für diesen Erfolg? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Einer von deren Hauptgründen ist sicher die gute Arbeit der Vereinsführung während der Transferperiode. Wir haben uns da wirklich sehr stark verstärkt mit qualifizierten Spielern aus Clermont, aber auch aus dem Scouting-System von Clermont. Ja, wir sind da alle sehr zufrieden. Dann haben wir es hergebracht, dass die Mannschaft relativ schnell zu einer homogenen Truppe zusammengewachsen ist, auf einem sehr hohen Niveau performt und jetzt eigentlich ein Ziel, ein gemeinsames verfolgt. Und das ist einfach jedes Spiel zu gewinnen. Es ist auf jeden Fall diese Saison eine richtige Mannschaftsleistung. Also wenn man die Mannschaft einfach sieht, es macht Spaß, der zuzuschauen. Es ist wirklich schöner Fußball. Einer sticht ein bisschen heraus, nicht nur wegen seiner Größe optisch, sondern auch wegen seiner spielerischen Klasse. Haris Tabakovic, der schießt momentan fast die ganze Liga kaputt. Wie ist diese Leistungssteigerung entstanden? Ja, das hat auch mit der Gesamtmannschaft zum Tor. Das ist nicht nur der Haris. Der Haris lebt natürlich auch von vielen Zubringern, die das hervorragend machen. Natürlich sticht er heraus mit 16 Toren bisher überragend. Aber wie gesagt, ein Haris Tabakovic alleinig wäre wahrscheinlich auch nur halb so viel wert wie die Mannschaft rundherum. Das funktioniert super. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler wie der Haris natürlich haben. Fast eine Torgarantie praktisch im Team. Wenn es dann auch mal nicht so läuft, du weißt schon immer, da kann irgendwas passieren. Das ist eine ganz große Stärke für uns und natürlich für die Gegner auch sehr, sehr schwer zu berechnen. Wie bringst du einen Haris Tabakovic an die Leistungsgrenze, dass er mal nichts trifft? Von dem her sind wir natürlich froh, dass wir so einen Stürmer in der eigenen Reihe haben. Das macht uns so stolz, dass so ein Spieler bei uns agiert. Wechseln wir vom Fußball zum Eishockey. In der Alps Hockey League, da ist ja momentan sehr, sehr, sehr viel Spannung drin. Und der erste Ländeklub in der Tabelle, den findet man schon auf Platz 2. Nämlich den ERC Lustenau. Die sind vergangene Saison österreichischer Meister geworden und wollten an diesen Erfolg natürlich anknüpfen. Und momentan sieht alles danach aus, dass man auch diese Saisonziele heuer schaffen wird. Es sieht alles gut aus und wir haben vor der Saison mit Herbert Oberscheider, dem Präsidenten des ERC Lustenau, gesprochen und ihn mal gefragt, was sind denn seine Favoriten in dieser Liga. Und es ist sehr interessant. Es ist sicherlich der Asiago, ein ganz starkes Team. Jesenitsche, ein ganz starkes Team. Die Zelle am See hat brutal aufgerüstet. Also im Prinzip kann da vorne viel passieren. Repul Salzburg ist immer mit dabei, weil sie so einen tiefen Kader haben und eine Farmteam-Lösung haben mit Salzburg. Bregenzer Wald mit Dornbirn zusammen ist auch jedes Mal ein Thema, wer spielt heute. Die haben einen ganz klaren Plan als Ausbildungsstätte, aber können immer gefährlich sein, wenn sie von Oberdauern spielen. Also im Prinzip glaube ich, so wie es jetzt ein Rad gewesen ist, dass jeder jeder schlagen kann. Natürlich brauchen die schwächeren Team gegen die besseren Teams sicher einen guten Tag. Aber man darf eines nicht vergessen, in unserer Mannschaft sind bis auf fünf Profis alles Amateure. Also die können alle acht Stunden arbeiten. Ein bisschen hat sich der Präsident da vertan, wenn man heute auf die Tabelle schaut. Aber Glück, sag ich mal, für den EHC Lustenau, weil die sind momentan Tabellenzweiter und es sieht alles nach einer sehr, sehr erfolgreichen Saison aus. Anders die VEU Feldkirch. Die kommt zwar so langsam in den Tritt und in die Liga, aber dennoch musste da sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt werden. Und man brauchte auch die Geduld mit dieser sehr, sehr jungen Mannschaft. Und einer, der das schon vor der Saison so ein bisschen durchklingen lassen hat, war Trainer Michael Lampard. Wir hören mal rein. Ich denke, uns muss einfach klar sein, das wird sportlich ein schweres Jahr für uns. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir hören, wie gesagt, jedes Spiel alles geht, das ist klar. Aber wir werden sicherlich das andere Spiel Lehrgeld bezahlen. Und in der Liga kommen italienische Nationalspieler, slowenische sehr, sehr gute Spieler, Österreicher, die frühere Nationalspieler waren. Also wir werden sehr zum Tor haben, dass wir da mithalten können. Und unser Ziel ist das irgendwo da, dass wir in der Mitte der Liga irgendwo das schaffen. Und das wäre, glaube ich, schon ein richtig gutes Ziel. Aber wir freuen uns trotzdem drauf. Wir möchten alles gehen und dann verglichen wir uns mit da. Eine junge Mannschaft, die sich so langsam findet. Und ja, wenn man da noch, glaube ich, ein bisschen Geduld hat, dann sieht die tabellarische Situation momentan die VU auf dem vorletzten Platz ganz anders aus. Und dann kann da auch was Großes draus wachsen. Getreu nach dem Motto, zurück zu alter Stärke. Das war auch das Motto in der Landeshauptstadt bei Bregenz Handball. Der Rekordmeister aus Österreich wollte eben zurück zu dieser alten Stärke. Jetzt hat es erstmal eine kleine Niederlage gegen den HC Hart gegeben. Die tut natürlich doppelt weh, denn es ist das umkämpfte Ländle-Derby gewesen. Aber ein Spiel haben die Bregenzer noch und können da den Abstand zum HC Hart ein bisschen verringern. Vor der Saison, da haben wir uns mit Trainer Markus Burger unterhalten und ihm die etwas provokante Frage gestellt, dass als Rekordmeister ja die Top 5, beziehungsweise vielleicht auch die Top 3, ja eigentlich Pflicht sind. Und er hat darauf eher bescheiden reagiert und gesagt, worauf es für einen Erfolg bei Handball Bregenz ankommt. Bregenz hat sich damals mit Visionen und klaren Zielen mal in die Richtung gebracht. Ich glaube, dass es für uns wieder ganz klar ist jetzt mit der neuen Konstellation, dass man sich neue Ziele setzen muss. Ziele, die realistisch sind. Ziele, die auch geschuldet sind, in dem, dass man nicht mehr diese Profitruppe hat, wie man auch schon gesagt hat in Bregenz, sondern es sind halt auch Spiele, die arbeiten müssen, die da ihren Arbeit nachgehen und 70, 80, 50 Prozent, ist ganz egal, arbeiten. Und wenn der Hunger da ist, wenn wirklich jeder Spieler sich bewusst ist, dass das ein Leistungssport ist und dass die Leistung auch mit Einstellung zu tun hat und dass du ins Training kommst, auch wenn es manchmal schwierig ist beruflich oder vielleicht nochmal eine Mittagseinheit, oder es ist ja wurscht, wenn ich das weiß und wenn ich da bereit bin, diese Sachen zu machen, dann wird Bregenz wieder klar auch da vorne mitspielen. Also die klare Aussage von Markus Burger, Geduld, Geduld, aber dann kann da was Großes draus entstehen und dann kommt man auch zurück zur Altersstärke. Während in Bregenz die Bälle geworfen werden, werden sie in Hart, Thornbirn und Feldkirch geschlagen. Heuer waren die Landesmeisterschaften im Baseball in Hart und wir haben hier im Studio mit Philipp Wüstner drüber geredet, wie die Leidenschaft für diesen Baseballsport, der ja in den USA Volkssport Nummer 1 oder 2 ist, hier im Ländle entfacht werden kann. Und für mich war es dann echt, na, ich will Baseball spielen, will es was komplett anderes. Das Spielfeldschotter an der Schuss, das Equipment ist anders, du musst im Baseball werfen, fangen, rennen, schlagen, also es ist so universell und es ist dann am Ende doch diese Mannschaftssportart, wo du dich nicht verstecken kannst auf dem Spielfeld. Ich sage, in anderen Mannschaftssportarten kannst du, wenn du geschickt bist, die über die komplette Länge des Spiels irgendwo hinter den anderen Spieler verstecken. Du kriegst nicht einmal den Ball, du bist nicht einmal am Zug, aber hast trotzdem mitgewohnen, wenn du deine Mannschaft gewinnt. Im Baseball geht das einfach nicht. Du musst deinem Mann, deine Frau stehen, wenn du keinen Schlagern gehst. Und du hast in Vorarlberg einfach auch die Möglichkeit, egal ob es jetzt in Feldkirch ist, wenn wir Slowpage-Softball hören, mit den Angry Balls, ob es in Hart und ist mit den Barons, ob es bei uns in Dornbirn mit den Redhawks, wo ich spiele, mit den Legends oder mit den Bears. Du hast überall die Möglichkeit, diesen Sport von Anfang an von Null zu beginnen. Und wir haben das vor drei Jahren, haben wir zwei neue Spielerinnen gekriegt und die haben sich jetzt am Wochenende, wo ihr auch keine Zuschauer gesehen habt, wirklich, wirklich toll geschlagen. Und das taugt mir einfach, wenn du diese Entwicklung bist. Baseball also eine richtig gute Sportart und wenn man so Feuer und Flamme wie Philipp Wüstner werden will, einfach mal die Indianer von Cleveland anschauen, dann kommt das vielleicht von alleine. Wir machen jetzt eine ganz, ganz kurze Unterbrechung und sind gleich wieder für sie da. Unter anderem mit Olympia, da gab es ja den ein oder anderen Erfolgsgaranten heuer. Und wir schauen natürlich auch auf die Schi-Saison mit Alessandro Hämmerle und Christian Hirschbühl, die bei uns zugeschalten waren. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Weil wir jetzt so undrig sind. Weil Ihre Sicherheit etwas ganz Persönliches bedeutet, schaffen wir einen Ort, wo sich Erfahrung und Innovation treffen. Die Welterversicherung ist seit 1798 für alle Hüsli-Büren da. Alle Entscheidungen werden bei uns Zahnspuren getroffen und man redet die Gleichsprache wie alle unsere Kunden. Uns ist es wichtig, dass wir zusammen mit unseren Kunden Lösungen mit Hausverstand und Handschlagqualität treffen. Für das steht auch jeder Einzelne bei uns im Team. Ich bin die Lisa Hämmerle und als Kunststörnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio da bin. Weil mir die Wälderwerte wichtig sind, bin auch ich Kundin bei der Wälderversicherung und weiß, obwohl ich aus Lust noch bin. Deshalb ist schon dein Haus und deine Wohnung, wo die älteste Versicherungen im Ländle mit über 223 Jahren Erfahrung im Besten hat. Wälderversicherung. Wo das Beste der Vergangenheit Gewissheit für die Zukunft bringt. Die Wälder. Versicherung seit 1798. Sie haben einen Baugrund zu verkaufen? Wollen Ihre Nachbarliegenschaft aber nicht durch eine Wohnanlage entwerten? Golob Imo sucht Grundstücke ab 350 Quadratmeter und bietet Bestpreise. Mit der Erfahrung von weit über 1000 abgewickelten Bauvorhaben steht der Name Golob Imo für Top-Beratung beim Thema Hausbau. Golob Imo, Ihr fairer Ansprechpartner mit Handschlagqualität. Rufen Sie uns an. Wir kaufen Ihr Grundstück und bauen Einfamilien- und Doppelhäuser. Und keinen Wohnblock. Enjoy Bregenz. Figur- und Muskeltraining. Gesundheit und Spaß. Bei Enjoy Bregenz steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind Experten im Bereich Gesundheit und Fitness für alle Altersgruppen. Wir helfen Dir, Deine Wünsche und Visionen zu erfüllen, damit Du Dein Leben genießen kannst. Trainieren kannst Du überall. Deine Ziele erreichst Du mit Enjoy. Und da sind wir wieder hier beim Ländle-Sport-Jahresrückblick hier bei uns im Sportstudio Götzis. Und wir blicken weiterhin auf das Jahr 2021 zurück, aber jetzt müssen wir gar nicht mehr so weit nach hinten schauen. Wir sind nämlich beim Wintersport angelangt und der läuft ja erst seit einigen Monaten. Aber da gab es ein Novum für einen, der aus Lauterach kommt, nämlich Christian Hirschbühl. Der erste Weltcup-Sieg und das dann noch zu Hause in Lecht-Zürs. Beim Parallelslalom hat er erst den Henrik Christoffersen geschlagen und hat sich dann noch im Finale durchgesetzt. Und da haben wir ihn natürlich auch zu uns ins Studio geschalten und ihn mal so gefragt, hey, wie ist das eigentlich, wenn man durch die Ziellinie oder über die Ziellinie fährt und weiß oder realisiert, man hat den Heimweltcup für sich entschieden. Ja, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, ist eigentlich wirklich abstrakt. Ich habe im Finale noch im ersten Lauf gewusst, der Raschner wird wahrscheinlich auf Rot schneller sein. Und es ist wirklich so eklatant, dass du als Läufer den nebenbei siehst, wenn der wirklich schneller ist wie du noch, dann merkst du das. Und schlussendlich noch habe ich gewusst, boah, ich habe schon fast ein bisschen resigniert, muss ich sagen, wenn ich mich selber gesehen habe Abschwingen nach dem ersten Lauf. Aber schlussendlich habe ich mir wieder gedacht, hey, gegen Henrik waren es auch 0,5, es ist möglich. Und ja, dass es nachher wirklich klappt und ich den Domino mehr oder weniger geschnappt habe. Und ich kann mich noch gut erinnern auf die Ziellinie durchfahrt und ich schaue da links auf den Screen und sehe meinen Namen. Und das ist ein Moment, wo ich das erste Mal erlebt habe, sagen wir mal so, Weltcup-Sieg. Und ja, da ist schon, ich habe ja selber gesehen, ich habe da mal so einen Schrei rausgelassen. Ich glaube, da fällt da mal wirklich Druck weg. Und man hat da wirklich, also ich habe da selber die pure Emotion gespürt. Und auf jeden Fall war das eine große Genugdruck. Der erste Weltcup-Sieg also für Christian Hirschbühl und das dann auch noch zu Hause in Lecht-Zürs. Das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall gewesen 2021. Aber Christian Hirschbühl, der war nicht der Einzige, der zu Hause feiern durfte. Auch Alessandro Itzi-Hemmerle, der Snowboard-Crosser, der hat im Montafon sein Heimrennen für sich entscheiden können. Und das ist auch sehr interessant im Hinblick auf die fünf wichtigsten Ringe im Leben eines Profisportlers, nämlich die Olympischen Spiele. Die fangen jetzt Anfang Februar an und da wird Alessandro Itzi-Hemmerle im Snowboard-Crosser auf jeden Fall in der Favoritenrolle stehen. Und wir haben ihn mal gefragt, wie er so die Vorbereitung auf die Spiele sieht. Ja, ich habe Glück, dass ich schon einmal zweimal bei dem Spiel war und ein bisschen Erfahrung mitnehme. Ja, der Druck wird auf mich enorm sein, speziell mit den vergangenen Rennen, wo wir doch sehr, sehr gut liefen. Die Generalklobe ist auch äußerst erfolgreich geglückt. Ich für mich persönlich sage immer, man kann machen, was man will. Im Tag X kommt es auf so viel drauf an und ich versuche einfach im gleichen Tunnel zu bleiben wie immer. Da nichts irgendwie groß hinzuzaubern und jetzt da müssen wir noch etwas speziell machen. Und wenn man sein Ritual hat, wenn man sein Schema hat, in dem es läuft, wieso sollte man da raus machen und nochmal etwas extra, etwas anderes probieren. Also ich versuche auf meine Stärken zu vertrauen, genauso auf das Team, das was ihre Stärken hat, die mich da vorunterstützen und dann im besten Fall klappt es so, wie es sein sollte. Und wenn nicht, dann hilft es nichts. Dann ist es halt so gewesen. Ein bisschen eine provokante Frage, aber wenn man jetzt die vergangene Saison und jetzt auch diese Rennen anschaut, ist dann eine Medaille für dich persönlich Pflicht? Ja, das ist eine schwere Frage. Von außen betrachtet es bestimmt. Also ich weiß, dass die Leute mit der Medaille als Pflicht reden. Es ist schon fast enttäuscht, wenn es Silber oder Bronze wird und nicht der Sieg. Ja, du, ich versuche es genauso. Am Ende vom Tag sind wir als Menschen, es können Fehler passieren. Es muss bei Border Cross nicht mehr unbedingt mir persönlich ein Fehler passieren. Und ich bin schon weg. Also es geht so schnell und wenn ich das alles in Betracht ziehe, dann sehe ich es eher locker. Weil ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe schon sehr, sehr viel erreicht, glaube ich, auch im Sport. Und wenn es jetzt Olympia noch sein soll, wäre es ein Typ für jede Karriere. Und wenn nicht, muss man trotzdem irgendwo die Kirche im Dorf lagen und sagen, die Leistungen, die man gebracht hat, sind doch schon sehr gut. Und irgendwo muss man auch zufrieden sein. Und versuche mal so ein bisschen den Druck zu nehmen und das alles ein bisschen von außen zu betrachten und sagen, okay, es geht kein Weltuntergang hervor, wenn jetzt da nichts passiert. Weil wenn man etwas erzwingen will, bin ich der Meinung, dann funktioniert es nicht. Man muss schon irgendwo den Spaß und die Leidenschaft im Vordergrund haben, als wir jetzt sich von außen den Druck unterzugehen. Ja, bei Alessandro Hemmerle, der geht es dann bei den Olympischen Spielen um Edelmetall, Gold, Bronze oder Silber. Er geht als kleiner Favorit in diese Rennen. Aber eine, die hat 2021 schon Edelmetall ins Ländle gebracht. Die Rede ist natürlich von Karateka Bettina Plank, die mit Bronze aus Tokio zurückgekommen ist. Und wir haben sie mal gefragt, wie es denn so ist, als einzige momentane Medaillengewinnerin in Karate nach Hause zu kommen, da 2024 die Sportart aus dem Olympischen Kalender genommen wird. Bettina, ab 2024 Karate wieder aus dem Kalender. Darum die erste Frage, wie fühlt es sich an, momentan Österreichs erste und auch vorzeitig einzige Medaillengewinnerin im Karate zu sein? Also, ich hoffe, dass ich nicht die Einzige im Karatesport blieben werde, sondern dass trotzdem die Hoffnung noch besteht, dass unser Sport später zu einem anderen Zeitpunkt wieder ins Olympische Programm aufgenommen wird. Aber jetzt macht es mich sehr stolz, dass ich die Medaille für Österreich gewinnen konnte haben und dass ich unseren Sport, den Karatesport, so präsentieren konnte haben auf der großen Bühne. Ja, so strahlt eine Medaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen. Und für einen, der ist der Traum auch im letzten Moment quasi wahr geworden, nämlich Paralympionique Thomas Flachs. Der Rollstuhltennisfahrer hat lange, lange gehofft auf die Nachricht, ob es geht oder nicht, ob er zu Olympia darf oder nicht. Und dann kam der Anruf, der ihm das Ticket beschert hat. Und wir haben mit ihm darüber geredet, wie dieser Moment so war. Und ich wusste schon, dass bald einmal ein Anruf kommen wird, der mir sagt, Tokio ja oder nein. Und da habe ich schon zwei Wochen lang wirklich darauf gewartet, dass der Anruf endlich kommt. Und da hat man mich vom Tennisverband angerufen, ich soll doch mal rechts ranfahren und meine E-Mails checken. Allerdings ganz trocken, ohne Emotionen. Ich wusste in dem Moment wirklich nicht, was kommt. Und dann war die nächste Raststätte, war dann wirklich die Ausfahrt der Entscheidung quasi. Also du wusstest währenddessen, während dem Telefonat nicht, ob es ja oder nein heißt? Nein. Also es war wirklich so, dass ich dann rechts herangefahren bin. Die Freundin neben mir und der edle Herr Papa ganz hinten drin im Gepäck. Also da hat man nur so im Rückspiegel ein bisschen erkennt, dass der Papa auch dabei ist. Und ich habe dann halt, also es war totenstil im Auto und das Handy gezückt. Die E-Mail war schon da. Und das war halt alles in Englisch und von der Internationalen Tennis Federation. Ich wusste, was ich lesen will, aber ich konnte halt das Englisch. Es war einfach so zu viel in dem Moment und habe dann meinen Namen gelesen und Entry und Biparty. Und das waren halt so die Worte, die ich kombiniert habe, dass es für mich jetzt ein Ticket gibt. Und dann war die Party in dem Auto, das war sicher für die umstehenden Leute in der Raststation ein tolles Bild. Aber für mich unvergesslich, der Moment. Und das war sie, unsere kleine Rückschau von 24 Folgen Ländlisport. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie immer dabei waren und freue mich auch, wenn Sie 2022 wieder einschalten. Sie wissen es, bei uns gibt es Eishockey, da gibt es Handball. Wir haben die Vorarlberg-Liga im Fußball, wir haben die VNAT-Elite-Liga im Fußball und noch vieles mehr. Und natürlich auch immer wieder spannende Studiogäste. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Sie können auf jeden Fall neugierig und gespannt sein, wer 2022 alles hier bei mir im Studio sein wird. Ich kann Ihnen versprechen, da wird es die ein oder andere Überraschung und den ein oder anderen Hochkehrräter geben. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Bleiben Sie bitte gesund und bleiben Sie sportlich.